Servus Leute, was geht und herzlich willkommen hier zum neuen GDR5 Online Solo Unlimited Money Glitch Informationsvideo Und zwar ist es so, dass einige Leute sich immer wieder gefragt haben, funktioniert der Glitch, funktioniert er nicht? Es ist so, dass im Titel jetzt stehen wird, ob er noch funktioniert oder nicht Und es ist so, dass das letzte Video, das ich hochgeladen habe, das funktioniert immer noch Und das ist wie gesagt ein Workaround, wenn man sich den Terrorbyte gekauft hat oder Terrorbyte, keine Ahnung, wie man das ausspricht Und ja, das ist ein Workaround, der funktioniert immer noch, man braucht da wirklich einfach Geduld und es funktioniert auf beiden Konsolen Und es ist so, dass die anderen Glitches, die später kamen, respektiv die früher kamen, die sind alle gepatcht Ich werde es noch in den Titel schreiben und in der Videobeschreibung findet ihr einen Glitch, der jetzt funktioniert und er ist um einiges einfacher Es ist so, dass der Glitch in der Videobeschreibung ist, da ich das Gameplay nicht nehme, da es keine hohe Auflösung hat Und ja, ich dürfte es gerne nehmen, ich kann es gerne auch übersetzen, wenn ihr es wollt Wenn ihr wollt, dass ich es übersetze, dann lasst einfach gerne mal ein Like dabei Bei, sagen wir mal, 60 Likes werde ich das Ganze dann einfach noch übersetzen Es ist auf Englisch von Opsi Graffe, von seinem Livestream ist es ein Highlight rausgeschnitten Und ja, die anderen gehen alle nicht mehr Habe alle noch getestet beim Kumpel gerade, respektiv mit seinem Account Und ja, die gehen alle nicht mehr mit dem Deluxe oder so Man stirbt wirklich tatsächlich immer, ich habe gedacht, man muss höher fliegen Aber man stirbt direkt, das Auto explodiert, eskaliert und ja, deswegen geht das Ganze nicht Also Leute, checkt das Video ab in der Videobeschreibung Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Glitchen Glitch, so viel ihr wollt Nehmt die Leute auseinander, kauft euch, was ihr wollt Jedem soll es natürlich gut gehen, nicht nur die Leute, die da Geld investieren Für die Leute, die Geld investieren, Pech für euch Glück für uns Und ja, sonst ist es eigentlich schon von meiner Seite aus Lasst ein Like da und ein Abo Und checkt jedenfalls mal meine Social Media Plattform ab Um keine weiteren Informationen mehr zu verpassen Sonst war es eigentlich schon von meiner Seite aus Habt einen schönen Tag, Abend oder was immer Haut rein Leute und Peace